Wer bei dem Wort Software an aufwendige und langweilige Arbeitsschritte denkt, kennt Flowfact nicht. Seit 25 Jahren entwickelt das Unternehmen innovative und leicht bedienbare Softwareprodukte für die Immobilienbranche. Auf dem Immobilienkongress 2010 in Köln feierte das Unternehmen sein 25-jähriges Bestehen. Wir haben die Impressionen des Tages für sie eingefangen. Heute ist 25-jähriges Firmenjubiläum. Vor 25 Jahren habe ich mit Flowfact gestartet, damals noch als Einzelhandelsfirma. Alles, was heute Flowfact ist, haben wir unseren Kunden zu verdanken. Einen ganz regen Austausch mit den Kunden ist Flowfact die letzten 25 Jahre gewachsen im Dialog mit den Kunden. Ja, die Zukunft ist weitere Vernetzung. Weitere Vernetzung der Profis untereinander, aber Vernetzung auch über Facebook der Nachfrage untereinander. Und die Welt wird einfach öffentlicher. Wir haben bei uns im Unternehmen mit unserem Leitbild bei 2004 einen Begriff eingeführt, der heißt der Kundenkunde. Das ist der Kunde unseres Kunden. Der ist wichtig. Wie fühlt sich für den das Immobiliengeschäft an? Wie kriegt das angeboten? Ist das bequem für ihn? Kann er die E-Mail in seinem Handy lesen oder muss er erst eine PDF-Datei aufmachen? Das will er nicht. Mit dem iPad kann ich im Grunde eine ganze Menge machen, was ich sonst nur im Büro konnte. Und ich bin verfügbar und so, dass es Spaß macht. Ich kann meine Mails bearbeiten, ich kann meine Objekte sehen und bearbeiten und sie vor allem zeigen. Besonders überzeugt mich eigentlich das ganze Daten- und Kommunikationsmanagement mit den Kunden, worauf wir auch als Firma sehr viel Wert legen. Es gefällt mir sehr gut. Ich kenne viele Makler hier. Ich bin im Kompetenzclub und man trifft natürlich dadurch hier viele Makler. Windows bietet eine Plattform, um Makler zu vernetzen und einfach Objekte auszutauschen, sofort Kunden ein Objekt eines Kollegenmaklers anzubieten. Wir haben FlowFact seit zwei Jahren in der Verwendung und hatten zuvor andere CRM-Lösungen, aber wir sind sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind engagiert, kommen auf einen hinzu und ich muss ehrlich sagen, für mich ist das, was die Softwareanwendungen betrifft, FlowFact Nummer eins. Das ist das, was die Softwareanwendungen betrifft. EmoTV. Wir bewegen Immobilien.